Peace Leute, Basket Up, ich bin's Marvin, bis Calvin Und Leute, es gibt was Neues und zwar das neue leichte Maschinengewehr, demnächst im Spiel verfügbar Das neue LMG kann schnell feuern und wartet mit einem großen Magazin auf, das sich nur langsam nachladen lässt Also es ist wieder eine große Magazinwaffe, wie die Minigun, vielleicht sogar noch mehr Muni Ich bin auch gespannt, ob kleine oder große Muni da reinkommt Während wir ein leichtes Maschinengewehr, ich denke mal dann kleine Muni Und ich glaube, das wird auch nur in Kisten und Loot Drops verfügbar sein Ich bin mal gespannt, ey Ich glaube, das ist Gold auch, also legendär Bin ich mal richtig gespannt drauf, wie die ganze Geschichte wird mit der Waffe Manchmal ist ja ein Fail, manchmal nicht Aber ja, ich würde sagen Blume Weggelana Weggelana Schau mal, hier will jemand sich hinsneaken Schau mal, hier will jemand sich hinsneaken Schau mal, hier Shotgun Wohl dem Ja, der ist weg schon Weg vom Fenster Ja, der ist weg Weg ist er auch Taktische Pumpe, wenn du brauchst, nonstop Wohl Abstand Habt ihr auch hier auch noch Erste Was geht das wieder? Ja, bei Shop geht ab Hier direkt unter uns In der Luft Was up, boy, was up Kommt jemand? Da sind noch oben Kommt, gleich was Was ist Sturmgewirr für mich Ja, also ein Holzer Bring mal auf Da ist den grünen Hier 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 ist ein schott gerne willst okay wenn wir oben und hoffi schnell vielen grünen wenn die wir sind jetzt drin muss ja die sind haben sich eingebaut kom Und hat die? Ja, Minis gestatt. Nice, woida woida woida. Ist nur ein Schatz irgendwo. Oh mein Gott, Schatz. Oh! Komm, die sind auf Dings drauf. Auf dem... Ja nix. Da oben, da. Ja, Schatz auf die. Die werden grad gepusht. Boah, der hat sich einfach weggebumst. Der hat sich selber gekillt. Warte, da ist noch einer, der springt zu seinem Loot. Der ist auf der Base drauf. Achtung, kommt einer hoch? Ja. Okay, nice. Das geht dann. Auf geht es. Oh, dies gar ganz sehr hart gehen. Warte. Der eine kommt bestimmt gleich auch an gepusht. Der ist. Der ist geil, verbinden wir uns. Ja, nehm, nehm. Hier. Hast du Medi? Ne, leider nicht. Vielleicht hat der was. Ne. Okay, dann nehm ich das geil. Jetzt einfach. Brauchst du noch Verbände? Ja, ab genug. Okay. Wo ist der hin? Denk mal noch weiter. Wo ist der hin? Denk mal noch weiter. Ist der da oben? Der lenk du den ab. Mach weiter. Mach weiter. Puschte mal. Der baut sich hoch. Ja. So. Hey, was hat der gemacht? Wo ist denn? Der ist jetzt hier. Ja, nein. Nachladen. Ah, es wird dann nachladen. Direkt verfolgen. Hier geht L-Gebäude. Der will hier in die Büsche gehen. Muss komplett verabschieden. Der will richtig abhauen, Alter. Muss sehen. Hä? Ich hab ihn verloren. Der ist irgendwo noch in der Nähe, ey. Der ist irgendwo hier unten. Alter. Ne, was ist das? Einer da? Eine andere. Eine andere. Komm schon. Ja, geht. Das ist ein anderer. Gut. Das war mit der Starret los, Alter. Oder war lecker. Auf jeden Fall der eine ist komplett geflüchtet. Geht ja nur scheiße gut, Alter. Aus welcher Ecke kamen die denn an? Sind die hier? Im L-Gebäude? Nein, nein. Der ist da unten. Der Wald da unten. Ja, dem Wald. Der Fluss da unten. Scheide. Oh, voll die Fesseln hier gebaut haben die. Kommen wir hier zu mir. Verlassen Tilded. Es ist Zeit. Wo ist dieser John Wick Streuner, Alter? Ja, ne? Ich habe schon eine Rechnung offen, Alter. Ja, du hast einen Staub gemacht. Ja, du hast einen Staub gemacht. Ja, du hast einen Staub gemacht. Ja, komm. Wir gehen Richtung Pleasant. Oder, äh, ne? Es ist schon. Snobby. Ja. Snobby Schwarz. Okay, 6 Kills. Das ist ganz in Ordnung. Schätze, Mann. Nur ein Haufen Scheiße. Bescheidener Staff. Wir tun wieder drin. Gehen wir einfach mal durch die Berge, würde ich sagen. Oh, leichte Maschinengewehr. Was? Ich glaube, das ist leicht Maschinengewehr. Ja, das gibt es ja auch noch. Ja, das gibt es ja auch noch. Ganz halt zu. Ja, ganz halt zu. Ja, tschüss. Brrrr. Ja, das geht. Ja, das geht. Ja, das ist das. Das haben wir jetzt umgetauscht, also. Das ist gleich das Skinderbaum. Was ist das denn? Und? Snobby Soas. Das ist eine Rose. Ne, Blumen. Oh, Blutleg. Socker Center. Der rastet sich aus. Und bauen. Das Clashen. Womens muss das Gewährchen. Oben ist nur ein Schatz. Enthalten. Ja, Sir. 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 Soßen wären jetzt auch nicht schlecht, ne? Was war nicht schlecht? Ressourcen? Ja. Wollt auch mal unbedingt nicht haben wir. Hm. 2-1 werden hier gespielt. Hm. Und nicht vernünftig geliebt. Mach ein Toro. Oh, glaub ich nicht. Sniper, Minis. Jetzt hat Minis. Dann passt die ein. Ich fach noch einen hin. Wo werden die Gegner jetzt hier? Wenn ich keinen kann. ein drop sehr wichtig wir haben schon eine goldene wir sehen keine mehr lassen wir auf den berg absolute übersicht aber schon nicht so vieles ich habe auch noch 94 dann kommt ihr zu verschwinden eigentlich in blauen und oder bei grisie kommen sie jetzt ja die bauner hinten siehst du ja das ist ein bisschen ressourcen für uns fußballfeld schießen viele ein many teams der da oben der baut ist da hoch von links werden der tod oder im boden weil er sich das noch zum boden der krabbelt jetzt hätte ich mal vorliegte pilote da ist noch ein schuss alter kranker schuss so im im ziel barm alter abgedrückt das gerade in der bewegung der wer schießt das war ja überall also hier ist so viel alter schilder alles oder 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 die nehmen ein platz zu wo zwei fettes schild alter was geht hier aus nach 50 was ist hier los leute ist das hier kurzen medien ziehen ja wir müssen fett akur wo hin müssen er hat schön erst mal hier luten wo er sowieso medien auf 100 machen dann schon hier am start nach acht leute die keine skala so panzer faust oder so was ich habe eine reise auf jeden fall die sind noch minis kann sie mir nicht noch mitnehmen die ist noch ein fetter ja ich habe schon jemand wo ist noch ein charlie ja die kotze schuld tragen halt schon den nämlich ein ja schade zumindest geil mann geil was war das denn so dann in die sohn oman und jump hat das ich habe mit der nice waren so wenn uns mal kurz ich mache nur so ich habe immer noch ein jump hat oder soll ich das nochmal benutzt für notfall auf uns da gehen wir jetzt auf diesen ganz großen berg sind wir gerade so ein ding aufgemacht so eine festung lass da hoch fliegen dann fliegen wir da rein das nein aber jetzt auf uns wenn ihr doch nicht hier genau bau da so jetzt war schon die platte macht die platte direkt mit panzer faust hin ja bereit und wir haben geschossen wir werden geschossen komm hier so komplett in deren fest dann kann die was die meister pumpe das ist keine irgendwo da oben sind ja das die oben kann man schießt naja hoch kurz noch verschnaufen hier oben ja ich bin ganz leicht in der zone wo bist du verreckt das war genau eine festung dann ja wir waren zu weit auch hinter der reinkommen andere direkt von oben okay sind noch viel loris normales am stadt gar nicht da oder da kriegen sie sich da der dritte freut sich eingetroffen habe ich getroffen perfekt die müssen noch also ich bin gute positionen da oben dann auch noch welcher da verlaube die gefestet werden uns erst mal schön kümmerlich um die sauber drauf ist noch mich jetzt ja aber genauer wir haben sie darf nicht so hoch ich höre überall raketen halt das geht es ist alles kranken aber jetzt da noch mal hoch ich muss es schaffen bis jetzt gehört sie sogar eine kiste kommen lenkrappig bruder fenster da bleiben dann einfach 28 stabilen muni ich bin sogar noch leicht in der zone was will der da die ganze teleskop das geht leider nicht und die dinge abgaben was war das denn ja vor der platte geschossen hat angst ich weiß nicht selber so leck kenne na guck's mit dem da unten den kollegen es müsste noch in der zone sein ganz knapp ganz knapp ok da ist er Die haben bessere Pose, ne? Ja, die sind's. Die müssen auch in die Zone. Ja, die war später. Ich glaub, die sind schon drin, Alter. Was meinst du? Ich hab' mich fast selbst gekillt, Alter. Hast du gesehen? Ja, ja, klar. Ich hatte 200 Leben, deswegen. Ich muss ganz schnell hier runter. Lauf, 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 lauf. Genau, ich muss mit der Zone rennen. Sonst kann ich nicht mit der Zone, ja. Sonst kann ich gar nichts machen. Ja, wir haben halt die bessere Position. 23 Schuss, hat die Schussordnung. Du ging zwei. Boah, goldene. Schaut aus, bam. Ey, ich mach' jetzt Double. Ich muss da, ja. Genau, genau, genau. Das mach' ich. So. Kurzortieren. Ruhig. Wird schon. Guck' wo die da jetzt auf die Zeige sind. Muss jetzt genau mit der Zone gehen. Ja. Eigentlich genau mit. Die müssen auch kommen. Die sind da unten. Ach. Da sind die. Ja. Genau. Und jetzt. Eingetroffen. Wow, sauber. Sauberer Schuss. Ja. Mach's zu. Wir brauchen nochmal einen Zug. Und jetzt auf den. Ah, der macht sich zu. Der ist da oben. Nein. Der hat nicht gebaut. Die leben um die, Alter. Einer down. Ja. Wieder am. Oh mein Gott. King-Modus, Alter. Was geht ab? Zwölf Kills. Was ein spannendes Wett, Leute. Bruder. Heftig. Ich hab rasiert, Bruder. Mit dem leichten Maschinengewehr. Was los? Schmaß. Du hast dir einfach geballert. Hammer. Leute, geile Runde, ne geile Runde. Gib mal einen fetten Daumen hoch für mehr Fortnite. Ey, das hat mir grad richtig gefallen. Ich muss erstmal auch mit diesem neuen Bauen noch reinkommen. Deswegen hab ich manchmal beim Bauen halt gestruggelt. Aber heftig. Komm langsam rein. Heftig. Echt heftig. Wie gesagt, Daumen hoch. Und ja. Bis zum nächsten Video. Peace.